Herzlich Willkommen zurück, wir sind wieder auf unserem Schrottplatz und werden jetzt dieses Auto hier klitzeklein machen, hoffe ich zumindest, dass das unsere Aufgabe ist. Ich würde hier gerne einsteigen. Ah, jetzt. Okay. Kann ich hier irgendwie... Aber mit Tab können wir irgendwas machen? Nee. Okay. Ah, zweite, dritte, erste. Ich würde mal die hier nehmen. Ah, okay, W, A, S. Ah, mit R und F können wir auch noch was machen. Ah, okay. Okay. So, was ist Tab? Tab ist nix. P ist, glaube ich. Jawohl. Äh, wir gehen mal hier in die dritte. Sehr schön. Die erste? Wo müssen wir hin? Ah, da drüben. Laterne. Hätte ich überhaupt gar nicht gesehen. Macht die überhaupt was? Ja, die macht was. Mhm, 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 mhm. Okay, so funktioniert das nicht. Dann versuchen wir das mal so. Okay. Jetzt. Äh, äh, Magnet. Warte mal, jetzt Tab. Wo kann ich eben sagen? Das funkt... Ah, das ist mit Tab gemeint. Okay, dann, äh, Magnet aus. Das rein. Das ist alles eins. Okay, ich verstehe. Äh, hier hätte ich aber dann doch ganz gerne an... Okay, hier gibt's anscheinend keine Kamera. Das ist ne Action-Kamera. So, wie's aussieht. Ob wir mal Automatiker-Modus einschalten? Ja, das find ich gut. Automatiker-Modus find ich schön. So, jetzt muss ich das Ding wahrscheinlich wieder nehmen. Nee, nicht ganz. So, das sieht doch gut aus. Mhm. So, wer will ein klein gepresstes Auto? Jetzt mal ganz ehrlich, wo muss ich damit hin? Da rein? Da rein. So. Perfekt. Ich geh' davon aus, dass wir dafür jetzt Rohstoffe bekommen haben. So. Spiel verlassen wollen wir zwar nicht, aber... Das Auto verlassen. Du siehst, das Text flasht näher zu deinem Dough? Ich gebe dir einen Hinweis. Es ist in der top-leften Körner. Komplett die Ordnung, indem du dein Tablet aufrufst. Okay. Okay, ähm... Ist das mein Tablet? Ach, das sind die ganzen Preise. Da könnte ich das Zeug verkaufen. Da kann ich hier den Kurs sehen. Kann ich den auch irgendwie... ... ... reparieren. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das. Nö. So, dann machen wir das Zeug weg. Und das. Dann passt das schon. So, suchen... ... äh, suchen die Upgrade-Stationen. Ah, da hinten liegt jetzt das Ding. Mhm. Gucken wir doch mal. Aktualisieren. Upgraden. Ah. 65.000. Kann ich da auch ein anderes nehmen? Und jetzt sehst du es doch einfach nur die... ... ne andere Fass. ... habe. Wie kennt das hier? Warte mal. Upgrade. Aha. Ah, ah. Moment, den haben wir schon. Ich habe das Gefühl, die Musik wird immer lauter. Jetzt ist sie komplett aus. Also, da gibt es nicht viel Spielraum, habe ich... ... habe ich das Gefühl. Ähm. Dann hier. Er. Ne, Moment. Das will ich ja nicht. Ja, warum habe ich den... Hä? Moment, ich habe den doch hier. Interessanter Aussteigepunkt. Und ich verstehe auch immer... ... da aus. So, mit R. Ja, aber ich fiel das doch ganz kurz zurück. 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 So, wir machen das jetzt anders. Ich fahre den jetzt einfach mal... ... weg hier. Ich hätte ihn ja jetzt. So. Dann gehe ich hier hin. Drücke R. Kann aber nur das hier auswählen. Ja, den Abschlöpfwagen habe ich gefunden. Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Sehr schön. Ey, ganz ehrlich. Das... Das geht mir schon so etwas auf den Sack hier alles. Das ist okay. Das ist okay. Ich muss mir nachher mal anhören, ob das auch so... Element... Elementar... Nee. Exorbitant... Brutal laut ist. Oh, was haben wir hier? Gehen wir mal raus. Was willst du? Achso. Hallo. Gefällt dir das Auto? Ich suche jemanden, der sich darum kümmert. Ah, da geht es wahrscheinlich um das. Ja, können wir nebenbei mal machen. Ähm... Zuerst das hier. Frack. Mit Hilfe des Kontrollpanels. Ah, ja. Mein Fehler. Ich glaube aber... Ich muss trotzdem erstmal anders fahren. Apropos anders fahren. Ne. Ne. Mit R habe ich die Dings angemacht. Cool. Okay. Verwende Penel. Winkrad. Ah, ja. Klar. Klaro. Soll ich was für jetzt als erstes machen aber noch? So. Sehr schön. Ach, guck mal. Ist das alles bei dir um die Ecke? Ja. Ja, das ist alles bei dir um die Ecke. Ich fährt nicht mehr. Ähm... Was jetzt als nächstes? Da. Und dann haben wir hier noch was. Jupp, ich wurde wieder gedreht. Hier das Kleine. Dann da hinten. Flex. Schrauber. Da ist noch was. Da drüben das. Dann das noch und dann sind wir fertig. Perfekt. Dann können wir mal gucken, ob wir das Auto bekommen. So. Habe ich jetzt minus 1000 Euro bekommen? Hallo? Ja, hallo. So, aber das ist jetzt meins, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig? Richtig. Jetzt komme ich da nicht vorbei, oder wie? Hey, das ist doch hier... Weißt du nicht, für was... So, kriege ich das jetzt? Ach, Suche nach dem nächsten Frack. Ich kann das gar nicht mitnehmen. Ach, nö. Na gut, steigen wir erstmal ein. Ach so, das machen wir aus. Andere Kamerasichten scheint es nicht zu geben. Okay. Was mir auch gerade eben auffällt... Okay, das ist ja mal übel bescheuert. Ähm. Ach, hier ist auch die Maus-Sensibilität. Das habe ich gar nicht gemerkt. Headbooming, nein. Sensor, ist mir doch egal. Hm. Also, es wäre nicht schlecht... ...wenn man die Musik unterschiedlich regeln könnte, wie... ...wenn ich hier wieder auf irgendwas gekommen. So. So, Fahrzeug nehmen. Äh, okay. Fahrzeug 1 entfernen. Nee, Fahrzeug... Ich bin gerade... Ach, nicht 100%. Natürlich. Machen wir noch die... Nee, machen wir noch die Dinger an. Jetzt geht's. Mal ganz doof. Ich habe jetzt eine Frage. Jetzt ist die Musik aus. Beziehungsweise leise. Jetzt, so sollte es ja auch. Entweder ist hier gerade was runtergefallen... ...oder ich habe echt komische... Ich mache hier noch einen... ...ganz kleinen Tick leiser. Ah, nee, das waren hier die Dinger. Dumm, dadum. Oh, ja. Müssen wir... Kriegen wir nicht mit einmal. Müssen wir zweimal. Habe ich scheiße gelenkt. Hm, 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 hm. Ja. So, jetzt können wir doch drü... Ah, nee, hier. Ich heine gar nicht frei. Ich werde bitte Aufgabe beenden. Okay. Ah. Kontrollpanel. Eins, zwei. Oh, hier sind die Dinger auch. Je nachdem, wo ich stehe, an oder aus. Sehr schön. So, ähm, mit Motor. Das heißt, das kann nach da. Kann ich das Ding hier verkaufen? Hm. Machen wir erst mal hier... Einmal das Motorblock raus. Sehr schön. Kann der da hängenbleiben? Nee. Kann nicht da hängenbleiben. Gut. Dann ist er automatisch wieder eingebaut. Natürlich, macht Sinn. Okay. Kann ich den jetzt aber nehmen. Und jetzt kann ich ihn, glaube ich, aber hier auch einfach irgendwo hinstellen, oder? So, da. So als Deko. Ja, nee, ist klar. So, dann einmal hier. Kann ich das Auto hier... Kann ich das Auto hier... Aber gut. Hat sich die ganze Arbeit ja natürlich super gelohnt. So. Ähm. Also P ist so das Einzige... Was noch so etwas hängt bei mir. Die Taste ist zu weit weg. Diese Magneten an- und ausschalten. Sehr schön. Und dann einmal hier rausholen. Nein. Nein, 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 nein. Machen wir erstmal nicht. So. Eins, um Rufstoff auf dem Frottplatz zu verkaufen. Eins. Ja, genau. Das haben wir ja vor uns schon gemacht. Ah, jetzt muss ich das auch nochmal machen. Okay. Der Kurs war scheiße, aber gut. Nimm einen Motor zum Renovieren. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.